Urdhva Samyukta Padasana ist die oben an den Füßen verbundene Stellung, mit anderen Worten, der Kopfstand mit Fußsohlen zusammen. Raffaela zeigt, wie es geht. Komme zunächst in den Kopfstand, indem du die Ellbogen abmisst, die Hände faltest, den Kopf auf den Boden bringst und dann die Beine ausstreckst. Dann hebe die Beine hoch, so bist du in Urdhva Padasana, die Stellung mit den Beinen oben. Und jetzt gilt es, Samyukta zu machen, das heißt zu verbinden. Gib die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen und so bist du in Urdhva Samyukta Padasana, auch genannt Samyukta Padaschirshasana, auch genannt Padakona Shirshasana. .